hallo und willkommen zurück zu einer weiteren neuen folge minecraft live in the woods und ich stehe hier auf der brücke von dem korti denn der ist heute auch wieder dabei allöchen was ist denn gut? allöchen lange nicht gesehen wie geht's? ja läuft läuft ich merke gerade ich habe mich ganz viel geduckt und dann ist er mir aus dem spiel rausgekommen ah das problem kenne ich ja vor ewigkeiten mal das windows neu gemacht so und was kann man besseres machen als den weg der unsere beiden grundstücke verbindet sozusagen ist nur die frage hast du dieses tannenbaum gedöhnt hier aus dem du die brücke gemacht hast war ganz normaler eichenholz ganz normales eichenholz habe ich jetzt trotzdem nicht dabei verdammt hast du hier und dann gechiselt nehme ich an das ist der standardtexto was hier wo wir draufstehen da sind aber tannenbaumbretter ach hier das ist eichenholz das stimmt da 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 genau richtig da würde ich sagen du hast ich mache einfach mal den weg so weiter und du kannst ja ach die sind noch nicht richtig rum gedreht hier ne kann ich machen ich kann dir auch hier gern noch ein sechsten geben ich habe da hinten ja meine riesen tannenbäume die ich mal gepflanzt habe irgendwo mal abgeholzt zumindest ein recht neu ach die da okay ich glaube ich habe die gerade gesehen ja die riesen dinger sind nicht zu übersehen weißt du es hat fast eine halbe folge gedauert den einen abzuholzen ja ich habe ich habe mal da hinten an dem also hinter dir da einen abgeholzt da sieht man noch die ranken wahrscheinlich das hat auch so keine ahnung zehn minuten ich habe da hinten warte da kann ich auch ich bin mal kurz bei mir drin ich muss mal gucken ich hatte nämlich ganz viele gepflanzt und war jetzt ewig nicht mehr auf dem server entweder habe ich jetzt den ganzen wald vor der nase oder oh gott da ist viel gewachsen ich sehe schon interessant ja ach du je also ich bin ja hier schon also hier sind eins zwei drei vier fünf und hier hinten ist auch noch sechs tannenbäume schon fertig gewachsen und ich habe hier wirklich jetzt leichten wald vor der nase ja ein bisschen ich baue mal fleißig weiter also ich finde cool das holz was du ausgesucht hast das gefällt mir also für die brücke finde ich es richtig cool aber was anderes und b genug von vorhanden ja ich hatte kurz überlegt auch da mein haus draus machen aber das war mir dann doch ein bisschen von der struktur her das passt halt nicht so als wand jetzt gar nicht was für ein texture pack du hast das bei dir sieht es wahrscheinlich wieder ganz anders aus als bei mir ja ich benutze das meine craft von honeyball das extra in life in the woods text ja ich habe immer noch specks auch mit dem live in the woods problem daran ist einfach nur trotzdem nicht alles mit drin eben genau und deswegen habe ich das hier genommen hier muss ich aber auch sagen es gibt es manche texturen die auch nicht also die niedrig auch niedriger auflösend sind als andere was ein bisschen nervig ist aber ganz der von specks noch es geht mir genauso nicht genau weil ich habe keine eichen holzplätze mehr aber wir haben ja genug da auch noch großen und ganzen finde ich aber das hier sehr cool für dieses projekt ich bin ja eigentlich auch so ein specks fan aber hier passt das halt schade habe ich nicht mehr drin ist angefangen irgendwie ich will es auch nicht mehr weg machen nein ich bin runtergefallen hoch ich habe ja noch welche cool was ich dachte die bretter wären leer aber ich habe noch welche habt ihr noch im ganzen stack hingeworfen ja den hatte ich nur nicht gesehen im inventar wenn was ist ich hab noch so der muss weg so ich hatte ja ein kulist gibt kulist finde ich auch cool habe ich meine tür unten gemacht mein garagentor sozusagen den hatten wir sogar zusammen damals im dungeon gefunden richtig richtig du hast zum glück zwei gefunden damit ich mir auch einen dahin bauen konnte hatten vor die haustür gepflanzt und er ist interessant gewachsen und das holt sie doch irgendwie irgendwie sieht es anders aus ich muss sagen dass ich habe den auch vor der haustür gepflanzt und einen den werde ich auch nie mit mehr abpflanzen weil er sich so gabelt fast symmetrisch das sieht echt cool aus da so äh du bist ja jetzt so ein bisschen wieder zurück ne kann man schon sagen nach so sporadischen parts ich hatte es bei mir auf dem kanal auch schon gesagt ich brauchte mal eine sommerpause ja ja ne das habe ich auch gesehen und jetzt nur die frage wie oft wird live in der woods bei dir kommen hast du da schon plan bleibt erst mal wieder mit einmal die woche okay weil viel mehr zeit für viel mehr folgen werde ich auch in zukunft nicht haben aber ich habe halt wieder ich habe zum glück jetzt kann ich sehr offen und ehrlich zugeben ich war mir überlegen ob ich nicht einfach komplett langsam aufhör aber das ist aber schade auf jeden fall und ja letztens montag wird den stream wo du da warst ne ja ja genau mensch da kommt die stream da guckst du direkt mal vorbei ich habe habe ich irgendwie wieder lust drauf bekommen und deswegen geht es jetzt irgendwie so langsam wieder weiter ein neues projekt kommt auch wenn das spiel endlich rauskommt da möchte ich noch nichts erwarten außer nintendo switch ah ja ihr seid so die switcher ne habe ich in dem stream auch gesehen ja komm warum nicht ne ne klar spricht ja nichts dagegen ich habe ja auch parallel den throw offen gehabt auf dem zweitbildschirm und dann ist ja ist ja switch ja ja klar von daher ich finde die konserve geil lustigerweise den prozessor da drin habe ich mittlerweile zweimal hier ja ja weil in der schild tv box von nvidia falls du dir die was sagt die habe ich nämlich auch noch jetzt hier rum fliegen ja die sagt da ist der gleiche prozessor drin wie in der switch oder umgekehrt ist der gleiche prozessor drin ja der tegra x1 ja was man nicht alles noch dazu lernen kann aber jetzt muss ich mal gucken habe ich denn auch hier was von dem holz fichte meine achse ist kaputt ah tannenbaumbretter habe ich auch noch ein paar kann ich dir immer noch genug geben holz dir hier einen baum ab weil ich hier nicht mehr daheim war das eichenholz eichenholz ja die dinge die wie nennt man es eigentlich hat deswegen überlege ich auch gerade rückenpfeiler ja ja das ja kann man schon so sagen ja die sind eichenholz ich glaube es gibt dann auch einen begriff für die etwas kleinere variante weil das ist ja eher nur so ein kleiner steg aber egal eichenholz habe ich muss ich nur mal gucken was du für einen abstand hattest immer fünf okay dann werfen wir mit fachwörtern um und ich habe übrigens ich weiß nicht ob das gesehen hast aber ich habe unten in meinem keller irgendwann auch mal mit diesem strip mining angefangen wie du ne ja ich habe einen diamanten gefunden eine nur ja beim ich habe es jetzt noch nicht so hart gemacht hier auf dem in dem projekt also ich finde momentan auch nicht viel mehr muss ich sagen nee zwei waren es stimmt ich habe mir von dem anderen habe ich mir mal eine diamantschaufel gegönnt weil ich ja hier hinten meinen ganzen weg abholzen musste oder ebnen habe ich mir mal eine diamantschaufel gegönnt weil für eine spitzehacke hat es nicht gelangt ist was ist ja das habe ich wieder umgestellt da komme ich doch nicht hin gestern habe ich auch gestreamt aber nicht live in der woods das wird dann nächste woche wahrscheinlich kommen war ich nur auf dem dein craft server diesen freizeitpark terraforming gemacht ich wurde gestern im stream geradet ach du auch mal hatte ich auch schon ist dann plötzlich wenn ist dann halt interessant wenn dann plötzlich der ganze chat abgeht na ja ja so zwei minuten halligalli und dann gehen die auch wieder zurück waren aber ganz nett haben sich benommen war cool einem abend da plötzlich eine waren gerade in meiner chat app stand dann plötzlich drin was von 41 leute im stream wo ich mir dachte fuck spinnt das programm wieder und dann ging der chat ab bei mir war das umgedreht also erst ging der chat ab und dann also ich hatte ja keine app oder so sondern normal youtube und dann plötzlich sind die leute dann also mehr zuschauer wurden dann angezeigt der chat war eher da und dann auf dein kopf direkt so der hinzu wurde geradet hahaha von wem sechs glaube hier muss dahin ne warte da oh nein jetzt komme ich dann nicht mehr hoch muss mir mal kurz behelfen das sieht jetzt blöd aus aber gar nicht okay siehst du hast ja noch gar nicht dran außer bei dir vorne an der treppe kommen ja dann auf den zaun weil ich mir gerade überlege wenn du hier beschäftigt bist und wird ein skelett habe meine rüstung nicht dabei das ist natürlich und nein man muss ja den sound hinterdrehen was hältst du davon wenn wir schnell mal ins bett hüpfen hilft mir noch nichts ich habe immer noch keins immer noch nicht also ich habe eins da ich weiß das lege ich mich im notfall ja auch immer mal wieder ach so echt also ich habe sogar ein reisebett gerade im inventar wenn es schafft hierher zu kommen ich kann das aufstellen da muss ich halt bei mir hoch ins aus aber wäre schon cool warte dann ich du in dein reisebett ich bin mal kurz bei dir wegpunkte den aha ja ach so das ist eine etage höher in dem raum dann treppe hoch und dann rechts hier ist aber warte mal eine etage dann was dann noch mal hoch also im gegen also eigentlich ein raum über dem wo es vorher stand im doppelbett ach guck mal lege jetzt wieso habe ich mein haus ist nicht sicher du das war mein haus ach so ich komme bei mir daheim teleportier mich rüber und plötzlich macht es einen bumm und ich bin tot weil hier ein skelett in meinem haus drin ist aber ein skelett das explodiert oder war noch ein creeper hier ist ja nix weil es stand ja du wurdest erschossen ja das war wie das skelett halt so jetzt kann ich meine sache ja das sieht doch ganz cool aus soweit ich komme auch gleich wieder hast du das mit carpenter blöcken gemacht oder normale zäune da vorne ganz normal ganz normal okay ist auch praktisch ich habe mich mit dem ganzen kram was du da so baust noch nicht auseinander gesetzt ich bin noch bei gut old holz 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 aber auch kein holz mehr am start was brauchst du also normales fichtenholz und richter wieso richter nachher dafür die feiler reiche meine ja und dann halt das andere tannenbaum oder tannenbaumholz für den steg mein inventar wird leer weil das ist doch hier habe ich vielleicht bei mir noch irgendwie eichenbäume die ich abbauen möchte den will ich eigentlich behalten ja ja ich sehe den deswegen bewege ich mich auch so komisch wenn ich das da hier noch und so viele aber tannenbaumholz habe ich genug ja okay da kannst du erstmal den weg weiter bauen dann hole ich mir eichenholz hier sind ja noch ein paar die das muss ich hier noch ein bisschen 64 stemme hier noch einstecken also so ist das nicht wo wollen wir die brücke eigentlich aufhören lassen ja direkt bei mir vorne dann wo die wo der gravel weg anfängt praktisch dass du dabei bist hier wo ich stehe wo passt sie am nächsten ich habe das extra schon so angepasst hier das ist genau mein weg darauf zu läuft ich habe keinen fail drin oder so am tunnelbau zeigt sich immer erst am ende richtig ich kann ja mal in der zwischenzeit kurz schauen ob ich noch meine farmen hier fertig packen kann hier hinten da fehlt noch ein bisschen was auch schon ewig nicht mehr nachgeguckt auf meinen kleinen garten auf dem dach gemüse eibisch also farmen sieht das sieht so cool aus hier jetzt fehlt noch gemüse eibisch und dann da hinten die bären die kommen irgendwann auch noch nein falsches holz das passiert mir auch immer wieder falsches holz ausgewählt da komme ich jetzt hier irgendwie drauf hier kann ich nicht springen aber von hier wir sind angst vor dem creeper aber der ist weit genug weg wieder warte mal hier brauchst du noch brauchst du noch hier das falsche für die da hast du die stufen draus gemacht ne müssen wir gucken wir müssen jetzt nach unten gehen ich will gerade mal gucken wie ich das mit dem aber ich glaube die stufen habe ich noch habe das habe ich alles noch dabei ich hatte mir das für eine auch angeguckt aber schon wieder vergessen also ja eichenholztreppe und eben dran ist dann habe ich noch schauen du hast also stecktreppen habe ich hier also treppe die die endet dann hier zack ich glaube du bist sogar schon ein bisschen zu weit oder ne passt sogar und jetzt hier die treppe dran richtig ach ne siehst du da auch ne doch passt genau und das hier hinten wieder weg ja wir sind verbunden nehmt vor man ach komm schon so jetzt ich gucke nochmal wie du den rand gebaut hast sag ich dir zack ja ich glaube ich weiß wie ich es dann mache nein 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 das passt sogar ganz cool zu dem rand von meiner farm ich glaube so müsste hin ja mach schon weg äh ich muss mal hier kurz kommen wir nicht mehr hoch haha aber das glaube ich ja und dann jetzt hier ganz normal das geländer dran boah das sieht aber cool aus hier auch mit dem baum den mache ich nicht weg nur das wird ein bisschen terra geformt hier diese kleine insel aber so muss ich jetzt sagen dass wir doch eine ganz coole stelle uns ausgesucht haben am anfang dachte ich boah irgendwie gefällt es mir nicht aber man kann sich schön bauen jetzt naja ganz am anfang das war noch ne da war wirklich äh alles so komplett durcheinander wo sind wir wo müssen wir hin und so weiter ja und weit ist dir eigentlich mal aufgefallen dass wir gar nicht so weit weg sind vom spawn vom eigentlichen wo wir das erste mal gejoint sind äh sind ja ich wo ich stellen ganz am anfang wo ich noch kein nein bett noch nicht benutzt hatte bin ich immer wieder am äh ursprungs spawn gelandet ne jedes mal zu äh offscreen zurückrennen hatte ich irgendwann keinen bock mehr und dann hab ich äh oder zumindest beim ersten mal hatte ich dann voll gebeendet und bin dann zurück geflogen und da hab ich dann auch gemerkt es ist gar nicht weit nee so da noch nee da müsst ihr also zaun ja genau und da auch und dann oh sorry so und hier kommt dann kies rein da ist ne katze ich hab keinen fisch dabei ich wollte letztes mal schon eine fangen ich hole mal nen fisch kann dir noch verrottetes fleisch anbieten ja oben hab ich ein paar fische ich hoffe nur das geht auch mit denen von palms harvestcraft halte sie im auge sehr schön beim letzten mal war die dann weg roher fisch das ist sogar von roherlachs und ja das andere ist von palms harvestcraft ich wette das funktioniert damit nicht kann natürlich trotzdem gehen aber ich hab irgendwie das gefühl das geht nicht so wo ist er wo ist er hier oben hier oben kein hügel gerade sieht aus jetzt kann sie nicht mehr weit jetzt steht sie eh kurz vorm wasser weil man darf die glaube nicht in die enge zwängen gerade nicht in die enge jetzt kommt sie wieder hoch da oben ist sie gerade bei dir eigentlich ah da oh nein oh ich hab mich bewegt verdammt ich hab mich zu schnell bewegt ich hätte jetzt eigentlich den fisch stricken sollen jetzt packt die da unten mits 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 sollst du wegrennen ah ich hab sie oh herzchen oder hab ich sie oder muss ich dir noch mehr geben wo ist er oh hier muss ein schluck ähm ich hab noch an mir vorbeigedüst ah da unten ja komm her ich bin 1 2 3 ich weiß nicht mehr genau wie das war ne so richtig man muss man muss eigentlich in den umkreis gehen und dann kommen die ganz langsam du darfst dich ja nicht bewegen die kommen dann zu dir wenn du einen fisch in der hand hältst ne ja das hat irgendwie nicht funktioniert was ist das mal so nah rankommen ne dass du in dem bereich bist doch ne ich schaue nur gerade deine felder ja aber auch mal wesentlich weniger ja klar komm komm so ähm ja die geht mir eh langsam um ich weiß jetzt nicht ob sie kommt aber ich würde sagen der weg ist fertig an der stelle danke ich erstmal corti dass er wieder zeit hatte hat mich gefreut und guckt mal in die video beschreibung das der corti natürlich verlinkt und wir sehen uns dann im nächsten part und auch drin bis dahin und ich sag wie immer oder mal wieder danke fürs einschalten gehabt euch wohl und tschüss